Ja, du hast richtig gelesen, wir haben eine Hyperinflationsgefahr und auch schon in manchen Bereichen eine regelrechte hyperinflationäre Tendenz in China. Was dort passiert und warum das mit dem Lockdown nur bedingt etwas zu tun hat, warum jetzt eines der wichtigsten Märkte auch für die globale Wirtschaft und damit natürlich auch für die deutsche Wirtschaft ins Wanken gerät, warum wir tatsächlich dort auch schon Hyperinflation spüren können, das erfährst du wie immer, wenn du bis zum Ende dran bleibst. Es geht um die Währung, wir haben mittlerweile die chinesische Währung, die immer weiter abstürzt. Es hat ja viele gegeben, die immer gesagt haben, China wird die neue Leitwährung stellen, danach sieht es aktuell nicht aus. Die Amerikaner sind mal wieder etwas schlauer vielleicht oder zumindest einen Ticken schneller mit den Zinserhöhungen dran. Das führt momentan zu einer richtigen Verwerfung an den chinesischen Märkten. Wenn du wissen willst, was dort genau für eine Hyperinflation vorherrscht, warum der Immobilienmarkt dort tatsächlich am Platzen ist und jetzt eine Welle hier nach Europa schlagen wird, dann bleib bis zum Ende dran. Und wie immer schreib uns deine Meinung zu China mal in die Kommentare. Gehst du davon aus, dass China das Land ist, das sozusagen die globale Rezession auslösen wird? Oder gehst du eher davon aus, dass es Europa sein wird? Ich meine Europa, da haben wir schon so oft drüber geredet. Da ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Deswegen lasst uns direkt reingehen ins Thema. Der Wohlstand ist in Gefahr. Chinas Immobilienmarkt lässt chinesische Modelle wackeln. Es ist tatsächlich nicht ohne Grund so, dass hier auf dem Kanal sehr, sehr viel in Richtung Immobilien investieren geht, beziehungsweise auch diese ganze Immobilienlage in China immer wieder thematisiert wird. Denn es macht tatsächlich circa ein Drittel indirekt oder direkt von der chinesischen Wirtschaftsleistung aus. Das heißt, man kann relativ schön sehen an dem Immobilienmarkt, wie es mit der chinesischen Wirtschaft auf oder eben bergab geht. Und mittlerweile sieht es dort katastrophal aus. Also die Nachfrage ist regelrecht eingebrochen. Alleine im vergangenen Monat sank die Nachfrage um knapp 32 Prozent im Vergleich zum Monat davor. Und im Vergleich zum Vorjahr waren es tatsächlich nur noch 59 Prozent weniger Wohnungen, die in China verkauft worden sind. Und das ist wirklich heftig. Das ist mit der heftigste Rückgang, den wir seit den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Weil natürlich auch die Nachrichten immer wieder groß veröffentlicht worden sind, dass die Immobilienprojektoren hoch verschuldet sind, kriegen beispielsweise die Baumaterialien nicht her. Also eine ähnliche Tendenz, die wir jetzt hier in Deutschland auch in den Ansätzen ja schon sehen. Ich hatte jetzt erst wieder ein Gespräch mit Bekannten, die neu gebaut haben und die gesagt haben, ja, also der Bau, der steht jetzt schon ein paar Wochen einfach nur so her, weil wir kriegen keine Fenster. Und bevor wir da irgendwie die Inneneinrichtung schon mal anfangen und dann ist vielleicht noch irgendwie Frost oder vielleicht mal kaltes Wetter, je nachdem, wie lange sich es noch zieht und wir haben keine Fenster drin, ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Zumindest, dass man da mit Abdeckung muss man jetzt sporadisch arbeiten. Also da kann man schon sehen, dass diese ganzen Lieferengpässe die Realwirtschaft und vor allem den Immobilienmarkt sehr stark treffen wird. Auch in den größten Städten, also des Landes, sinken sogar auch die Preise. Also das haben wir auch schon so oft gesagt. Wir können es auch jedem nur ans Herz legen. Einfach mal oben eingeben, Erfolgskanal Immobilien, da kommst du zu so vielen Videos, wo wir schon Warnungen rausgegeben haben, wo wir es wirklich wissenschaftlich und natürlich auch von den Zahlen her belegen, dass es einfach reiner finanzieller Selbstmord ist, jetzt noch in Immobilien zu investieren. Und da ist es tatsächlich auch so, viele sind geblendet von dem stark ansteigenden Immobilienmarkt. Die denken, ja, Immobilien haben doch immer die letzten 20 Jahre nur an Wert gewonnen, da kann ich ja nichts falsch machen. Erstens, dass du dich an ein Objekt bindest, wo jeder sagt, nicht alle Eier in einen Korb legen, kaufen sich die Leute heutzutage für 300.000 bis 600.000 Euro eine Immobilie, wo sie dann einfach selber auch ihr Eigenkapital komplett verpulvert haben. Also wenn das mal nicht ein Klumpenrisiko ist, weiß ich auch nicht. Und auf der anderen Seite, es gibt nicht nur die steigenden Marktphasen. Auch bei Bitcoin, wo jeder gesagt hat, jetzt kann es nur noch weiter steigen, jetzt wird es nur noch weiter nach oben gehen, wird auch mal korrigieren. Das ist ja auch gesund, aber es solltet ihr auf jeden Fall bewusst sein, hier werden die letzten von den Hunden gebissen. Und was ist jetzt das Interessante, warum wir hier eine hyperinflationäre Tendenz haben? Und ich musste wirklich auch mit dem Schmunzeln etwas verkneifen, denn mittlerweile haben sogar auch die Ratingagenturen die Firmen im Immobiliensektor sogar auch vom Rating her herabgestuft. Das ist natürlich deswegen sehr, sehr schlecht, weil natürlich erstens Investoren oder Fondsmanager teilweise diese Immobilienfirmen gar nicht mehr ins Depot holen können, weil da ist das Rating natürlich sehr, sehr wichtig. Ab einem gewissen Ramschniveau können die gar nicht mehr von Fondsmanagern gehandelt werden, weil sie einfach kategorisch ausgeschlossen werden, weil sie zu viel Risiko bergen. Aber eben auch der wichtigere Punkt ist die Kreditwürdigkeit. Wenn diese Immobilienprojektoren keinen weiteren Kredit bekommen und der Zinssatz, das wissen wir ja auch, ist mittlerweile etwas teurer geworden, dann wird das ganz, ganz schnell gehen, dass sie in Verzug kommen. Und auch hier stehen in den nächsten Tagen und Wochen mal wieder Zinszahlungen an. Da werden wir dich auf dem Laufenden halten. Unbedingt also abonnieren, wie es dort weitergeht, ob die diesen Zinszahlungen nachkommen. Und jetzt kommt, wie versprochen, auch der hyperinflationäre Ansatz. Mittlerweile ist es da tatsächlich schon üblich, dass Wohnungen nicht mehr in Geld bezahlt werden oder zumindest die Anzahlungen, sondern diese Anzahlungen erfolgen in Getreide und Knoblauch. Du hast richtig gehört. Also beispielsweise hat das Unternehmen Central China Real Estate es erlaubt, eine Anzahlung von 24.000 Euro in Weizen vorzunehmen oder zu akzeptieren bei einem Kaufpreis von 86.000 bis 113.000 Euro. Zugegebenerweise, bei den Kaufpreisen würde ich auch vielleicht mal mir einen Kredit nehmen und mir eine kaufen. Das hat sich ja ganz human angehört. Also in Deutschland kriegst du ja auch da Wohnungen in den Großstädten für 86.000 Euro. Wird eher schwierig, zumindest in den beliebteren Lagen. Das heißt, du siehst hier einfach schon genau das, was ja eigentlich bei einer Hyperinflation auch eintritt, dass die Unternehmen oder die Haushalte eher Werte haben möchten. Weizen ist jetzt wirklich das höchste Gut aktuell. Wir haben ja schon darüber berichtet in unserem Video Sterben wie die Fliegen, dass viele Schwellenländer oder Drittländer extreme Probleme haben, weil jetzt kein Weizen mehr geliefert werden kann oder eben die Ernten auch ausfallen. Auch dazu gibt es viel Input hier auf dem Kanal. Das heißt, das sind genau die Anfänge, wo viele sagen, okay, gib mir nicht dein Geld, gib mir Weizen oder gib mir irgendwas, was ich zu essen habe, was ich weiter teurer weiterverkaufen kann. Und genau das ist ja genau dieser Punkt, den wir kritisch sehen. Wenn selbst die Immobilienfirmen, die wollen das ja nicht für ihre Mitarbeiter oder wer weiß, sondern die wollen das ja irgendwo strategisch weiterverkaufen, weil sie denken, da können sie mehr Gewinn machen mit ihrem eigentlichen Geschäftsmodell. Immobilien läuft es nicht. Deswegen werden sie jetzt so eine Art Weizenweiterverkäufer. Also das erinnert mich sehr, sehr stark an die Anfänge am Kryptomarkt, wo wir immer wieder auch von irgendwelchen Druckerunternehmen oder teilweise irgendwelchen Cannabis-Unternehmen gehört haben, die dann irgendwie aufgestiegen sind auf den Zug und Krypto dann gemacht haben. Und da weist natürlich jeder Finger weg von diesen Buden. Also das geht oftmals nach hinten los. Nicht ohne Grund ist McDonalds erfolgreich, weil sie immer sich nur auf ein Geschäftsmodell konzentriert haben oder Coca-Cola oder eben auch die ganzen anderen Unternehmen, die schon seit Jahrzehnten bestehen. Und das ist natürlich auch jetzt wieder das Damoklash-Wert. In China kann man also schon mit Knoblauch die ersten Wohnungen kaufen. Mal sehen, wo das alles endet. Meine Prognose ist, es werden weiter Gelder abgezogen aus China und in Amerika investiert, weil dort eben auch ein anderes Zinsniveau vorherrscht. Also das, was ja eigentlich vorher genau andersrum war, haben wir in China, hatten wir damals höhere Zinsen und es wurde eben mit einer Risikoprämie belohnt, wenn ich in China investiere. Und das ist meiner Meinung nach auch die Prognose, die Dirk Müller ja auch immer angesprochen hat. China ist und bleibt die größte Blase, die wir aktuell an unseren Finanzmärkten haben.